Naja, Heinz, ich will mich darüber auch nicht ständig auslassen. Wir brauchen uns da nicht vormachende. Chathouse ist eine Community mit überwiegend ungebildeten, dummen Menschen, Faulpelzen. Was, ja, ein Shit-Hol, genau. Ist ein Shit-Hol. Dumme Menschen und, ja, weiß ich nicht. Die Leute bezahlen dafür und dann sind da immer Störungen. Die, wie ich schon sagte, will ja nicht hören. Weil wir das ja alles, die Katharina hat das ja alles eingestellt. Ja, ich muss diesen Schrott mir nicht anhören. Schieb dir die Warteschreibe in den Hintern. Ja, ehrlich, sonst lucht uns alles. Nicht, ihr seid so blöd, ihr habt das nicht. Auch wenn ich mich mit dir unterhalte, die Plaken dazwischen, merken die nicht, dass ich nicht reagiere? Interessiert mich ja nicht, ob der dazwischen labert oder nicht. Das höre ich ja nicht. Die sind doof einfach. Der Stammbaum ist ein Kreis von denen. Ehrlich.